Das ist sie, die Praktica Nova 1, eine echte, einäugige Spiegelreflexkamera von Pentacon. Rasch und bequem die richtige Belichtungszeit durch den neuen Einstellknochen. Das ist das PL-System, die neue Filmeinlegerautomatik. Den Film in die Kamera legen, bis zum Punkt vorziehen. Die Kamera schließen, zweimal blind auslösen und schon ist sie schussbereit. Noch schneller in der Anwendung, noch schneller in der Bedienung. Leipziger Herzmesse 1967. Goldmedaille für Praktica Nova 1 mit PL-System vom VEB Pentacon Dresden.